In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Canva ganz einfach ein eigenes KDP-Interieur erstellen könnt. Wie das Ganze völlig kostenlos mit Canva funktioniert, das erfährst du alles gleich. Aber davor möchte ich dich doch bitten, lass doch liebend gerne einmal ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren KDP-Tutorials mehr zu verpassen. Und nun würde ich sagen, springen wir direkt einmal rüber auf meinen Computer und starten auch schon direkt mit dem Video. So, auf meinem Computer angekommen, müsst ihr dazu einmal oben rechts auf Design erstellen gehen. Dann wählt ihr hier unten bei dem Plus einmal die benutzerdefinierte Größe aus, wählt wie in meinem Fall jetzt hier einmal Zoll aus und daraufhin die Breite von 6 und die Höhe von 9. Das wäre dann ein ganz einfaches 6 auf 9 Interieur. Das werden wir einmal erstellen. Das ist wirklich so die Größe, die man auch wirklich häufig nutzt. Dann geht man einmal auf Neues Design erstellen und schon kann der ganze Spaß losgehen. So, jetzt muss ich aber natürlich erstmal wissen, wie dick denn der Rand sein muss, dass ich da wirklich nichts außen hinbringe, weil ich darf jetzt hier nicht die komplette Fläche nutzen. Und dafür habe ich euch ein Template vorbereitet, das ich euch mal unten in die Videobeschreibung zum kostenlosen Download verlinkt habe. Und dieses Template ladet ihr einfach hier auf der linken Seite unter dem Punkt Uploads einmal hoch, unter Medien hochladen. Das habe ich jetzt hier in meinem Fall schon getan. Das kann ich dann einmal hier auswählen und hier dann ganz einfach ganz groß skalieren. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier mein Template, wo ich ganz genau sehe, wie groß denn hier meine Fläche sein darf, auf der ich jetzt hier zum Beispiel Linien anbringen möchte. Und damit habe ich jetzt hier automatisch diesen Bereich, wo ich ganz genau weiß, okay, in diesem Bereich hier muss ich dann hier mein Interior stellen. Genau, das werden wir jetzt natürlich auch mal mit einer zweiten Seite tun. Das werden wir dann auch nochmal später gebrauchen, weil gerade in so einem Low-Content-Buch gibt es ja nicht immer die gleiche Seite, sondern es gibt auch nochmal eine Seite, wo dann ganz genau steht, wem dieses Buch gehört. Das heißt, ich kann dann schreiben, this book belongs to, Doppelpunkt, füge unten nochmal ein, zwei Linien ein und dann können die Leute dort ihren Namen eintragen. Deswegen werde ich jetzt hier natürlich auch das Template einmal verwenden. Das sehe ich hier auf die volle Größe, damit ich das hier genau an diesen Kanten ausgerichtet habe. Wir starten hier direkt einmal mit der ersten Seite und diese Seiten könnt ihr jetzt folgendermaßen hier erstellen. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, hier auf der linken Seite den Text auszuwählen und damit kann ich jetzt ganz einfach hier bei Überschrift hinzufügen draufgehen und hier als Beispiel auf Deutsch reinschreiben. Ihr könnt das natürlich auf Englisch reinschreiben, was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen würde. Dieses Buch gehört Doppelpunkt. So, das kann ich jetzt hier natürlich ein bisschen größer machen. Sagen wir einfach mal so. Hier noch ein bisschen weiter nach oben verschieben, ungefähr so. Natürlich auch hier mittig ausgerichtet. Und diese Linien kann ich jetzt auch ganz, ganz einfach erstellen, indem ich auf der linken Seite auf Elemente gehe. Dann gibt es hier Linien und Formen. Und wenn ich jetzt hier auf alle Anzeigen draufgehe, dann bekomme ich jetzt hier oben diese Linien. Also ich habe zum einen hier eine durchgezogene, ich habe hier gestrichelte, punktierte, etc. Diese kann ich hier alle verwenden. Nehmen wir jetzt einfach mal hier zum Beispiel gestrichelte. Die kann ich jetzt hier einmal aufziehen. Einmal ein bisschen in die Länge ziehen. Ich würde sagen so. Ist mir vielleicht doch noch ein bisschen zu dick. Gar kein Problem. Ich gehe hier oben links einmal auf den Linienstil und werde hier mit der Linienstärke ein kleines bisschen runtergehen. Würde sagen, vielleicht ungefähr so auf die Größe. Und diese Linie kann ich jetzt auch nochmal kopieren, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte. Diese Linie einmal rausziehe. Und wie ihr seht, habe ich dadurch schon eine zweite Linie. Genau, soviel erstmal dazu. Hier unten würde ich dann noch ein Symbol zum Beispiel einfügen. Je nachdem, um was sich dieses Buch dreht. Also sagen wir jetzt einfach mal, das Buch beinhaltet das Thema Pflanzen bzw. Natur. Dann kann ich ganz einfach hergehen, hier bei den Elementen und hier als Beispiel nach einer Pflanze suchen. Nur mal so als Beispiel. Und hier kann ich jetzt einfach mal ein bisschen durchscrollen. Hier natürlich auf Grafiken einmal stellen. Und jetzt zum Beispiel einfach mal hier diese Pflanze anklicken. Diese Pflanze kann ich jetzt nehmen und hier unten einmal in die Mitte einfügen. Ich würde sagen, ungefähr so in der Größe. Und damit hätte ich auch schon ganz einfach meine erste Seite von dem Buch erstellt. Gut, diese zwei Linien würde ich jetzt nochmal markieren. Hier mit der Shift-Taste einmal beide auswählen und dann beide einmal etwas weiter nach oben schieben. Und wie ihr seht, habe ich damit super, super einfach die erste Seite erstellt. Genau, ganz, ganz wichtig hierbei zu wissen natürlich, wenn ihr mit dieser Seite fertig seid, dann müsst ihr natürlich hier das Template einmal auswählen, Löschen-Taste drücken. Und damit habt ihr auch schon eure erste Seite fertiggestellt. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Seite. Hier haben wir das Template wieder drin. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einfach ein kleines Notizbuch daraus machen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach her, gehe jetzt hier wieder auf die Elemente drauf, auf alle, und werde jetzt hier Pflanzen einmal rauslöschen. Und diese Linie werde ich jetzt gerade mal erstmal hier oben ansetzen. Also hier bei meiner Vorlage. Die ziehe ich jetzt einmal hier auseinander, damit ich hier wirklich auch nicht außerhalb von dem Template rauskomme. Ich würde mal sagen, ungefähr so. Ihr versteht auf jeden Fall, wie ich das Ganze meine. Habt ihr das dann soweit getan? Dann könnt ihr jetzt einfach die Alt-Taste gedrückt halten. Einmal eine zweite nach unten ziehen. Ich würde mal sagen, ungefähr so groß soll das Ganze sein. Dann markiere ich mir beide Linien mit der gedrückten Shift-Taste und ziehe die einfach mit der gedrückten Alt-Taste einmal hier runter. Und wie ihr seht, bekomme ich jetzt hier genau den gleichen Abstand angezeigt, wie ich das Ganze haben möchte. Und im nächsten Schritt markiere ich mir mit der Shift-Taste wieder die beiden oberen Alt-Taste gedrückt halten, nach unten ziehen, bis hier der gleiche Abstand gegeben ist. Dann wieder Alt-Taste gedrückt halten, nach unten ziehen, gleiche Abstand, Alt-Taste gedrückt halten, nach unten ziehen, bis ich jetzt hier wieder diese Zahl bekomme. Und damit habe ich das Ganze auch schon ganz, ganz einfach erstellt. Die ganz obere und ganz untere Linie wähle ich jetzt einmal aus und lösche die. Und damit habe ich auch schon ganz einfach hier ein Template erstellt. In meinem Fall seht ihr jetzt aktuell, gehen diese Linien zu weit nach außen von dem Template. Das sollte euch natürlich nicht passieren, aber das hier ist natürlich jetzt einfach nur so ein Beispielvideo, wie man das Ganze realisieren kann. Genau, und hierbei wichtig zu wissen, bitte das Ganze nicht einfach so auf Amazon KDP hochladen, weil wenn ihr das Ganze wirklich nicht nach eurem eigenen Geschmack macht und hier wirklich nur Linien aufzieht, dann wird Amazon Kindle das Ganze ablehnen. Genau aus diesem Grund müssen wir uns jetzt einfach mal überlegen, was könnte ich denn jetzt hier sonst noch tun. Ich könnte jetzt hergehen und ganz einfach mal hier mir so eine Form schnappen. Also hier so ein Viereck zum Beispiel, das kann ich jetzt ein bisschen größer aufziehen, hier etwas weiter nach oben ziehen, sagen wir einfach mal ungefähr auf diese Größe. Das mache ich dann auch einmal weiß, indem ich hier oben auf das Farbfeld gehe, klicke auf die weiße Farbe und jetzt könnte ich theoretisch hergehen und da in diese Stelle ganz einfach noch ein Design einfügen, wie hier zum Beispiel bei den Grafiken, sehe ich gerade hier dieses Blatt. Das kann ich einmal nehmen, ein bisschen kleiner machen, sagen wir mal ungefähr so und das dann hier so einfügen. So und damit könnte ich das dann theoretisch auch schon auf Amazon Kindle normalerweise komplett problemlos hochladen. Nicht vergessen, das Template einmal auswählen, Löschen-Taste drücken und damit bin ich dann auch schon ready, das Ganze einmal zu exportieren. Wie kann ich das Ganze nun exportieren? Ganz einfach, ich gehe oben links auf Datei, dann gehe ich einmal auf Donut drauf und anschließend wähle ich hier bei dem Dateityp JPEG aus. Dann gehe ich auf Download und schon haben wir diese beiden Seiten erfolgreich runtergeladen. Jetzt müssen wir natürlich noch mehr Seiten von diesen erstellen, also gerade hier von dieser Seite und diese ganzen JPEG-Bilder möchte ich dann natürlich auch noch in eine PDF-Datei umwandeln. Wie das funktioniert, werde ich euch natürlich auch noch kurz zeigen. Wir haben jetzt hier diese beiden einmal runtergeladen und auf meinem Computer habe ich jetzt einmal hier diese beiden JPEG-Dateien. Hierfür werde ich mir jetzt mit STRG, SHIFT und N einmal einen neuen Ordner erstellen. Und jetzt gehe ich hier und ziehe nur diese Seite in den Ordner rein, die ich auch wirklich öfters dupliziert haben möchte. Das heißt, in meinem Fall wäre das die Nummer 2. Die ziehe ich hier rein, öffne den Ordner und ganz, ganz viele Seiten kann ich jetzt auf die schnell erstellen mit dem Shortcut STRG A. Damit wähle ich hier alle Dateien aus, drücke STRG und C, dann STRG und V und STRG und V spamme ich jetzt ganz einfach ganz, ganz oft, bis ich hier sehr, sehr viele Kopien habe. Dann drücke ich nochmal STRG und A, wähle jetzt noch mehr Kopien aus, STRG und C und spamme jetzt ganz oft STRG und V, bis ich jetzt hier wirklich meine 100 Elemente habe. Beziehungsweise in unserem Fall, wir möchten insgesamt 100 Seiten haben. Das heißt, wir müssen zwei Seiten freilassen, also 98. Einmal für die andere Seite, die wir gerade erstellt haben und natürlich zum Ende hin möchten wir auch noch ein Impressum einfügen. Das müsst ihr hier natürlich auch in diesen Ordner nochmal einfügen, damit das Impressum auch wirklich in der PDF-Datei vorhanden ist. Wie man ein Impressum erstellen kann und worauf man da zu achten hat, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier STRG und V noch ein paar Mal drücken. Hier unten links sehe ich auch, wie viele Elemente hier aktuell sind. In meinem Fall 74. Deswegen mache ich jetzt hier noch ein paar Kopien. Jetzt habe ich aktuell 104. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier noch ein paar löschen. Und damit haben wir dann auch schon unsere 98 erreicht. Jetzt kann ich hergehen, das Impressum hier einmal reinziehen. Und natürlich hier meine Datei, die ich vorhin erstellt habe. Das wäre die Seite Nummer 1. So, damit ist das Ganze auch schon richtig angeordnet. Das Impressum müsste ich dann zum Beispiel 3 nennen. Und wenn ich jetzt hier diese ganzen Dateien habe, dann kann ich jetzt hergehen und mit folgender Seite diese ganzen Bilder in eine PDF konvertieren. Diese nennt sich PDF24 Tools. Die werde ich euch natürlich auch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Hier geht ihr ganz einfach hier links auf PDF zusammenfügen. Dann auf Datei wählen. Und drückt einmal hier in dem Ordner STRG und A. Damit habt ihr alles ausgewählt. Dann einmal auf Öffnen. Und schon werden hier diese ganzen Dokumente hochgeladen. Ihr seht, das klappt wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Das war es auch schon. Jetzt kann ich hier einmal auf Zusammenfügen gehen. Und damit wird mich hier auch schon eine PDF-Datei erstellt. Diese kann ich jetzt hier einmal runterladen. Und somit habe ich innerhalb von kürzester Zeit ganz einfach ein Interior erstellt. Kann das direkt nehmen, um das auf KDP zu publizieren. Okay, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich doch gerne mal mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, ob ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.